Hey! Und schon geht's weiter. Heute haben wir angefangen mit dem ersten Let's Play with Photography Videocast. Und morgen, also am Sonntag, dem 22. Juli 2018, werde ich das erste Video hochladen, wo ich ein bisschen über meine Arbeiten spreche. Und zwar werde ich mir vornehmen und euch erklären die Windschuh-Porträts von dem Wolfgang Zurborn, der heute, also Samstag, ab 20 Uhr sein Book-Launch in der Galerie Lichtblick in Köln-Nippe seit. Und dazu werde ich mir noch anschauen das Porträt von Peter Lohmeier. Der hat morgen Abend, ich glaube um 9 Uhr in Salzburg, wieder mal seine Premiere im Jedermann, wo er den Tod spielt. Also, für alle Patrons ist dieses Video kostenfrei. Geht also auf patreon.com slash Dieter Rösler und macht mit. Ciao! Ciao!